Morgen zusammen! Ihr seht's am Outfit und am zerknautschten Gesicht, es ist tatsächlich wieder Morgen, deswegen kommt das Video heute auch ein bisschen später. Grund, ich hab's gestern Abend nicht geschafft, das Video für heute Morgen vorzubereiten. Dafür muss ich jetzt halt morgens ein bisschen Gas geben, ja. Das hilft natürlich, dass ich früh aufgestanden bin. Die Dusche kommt jetzt erst nach dem Video, während das Video konvertiert, deswegen seh ich auch noch so verknautscht aus. Aber dafür kriegt ihr heute was. So, heute Morgen möchte ich nur kurz über was reden, und zwar über Kontrolle. Krieger, oder sagen wir mal speziell, wenn du die Samurai anschaust, kannst du sagen, okay, ein Ziel, was der Samurai hatte, war Kontrolle. Aber was heißt denn das genau? Was ist damit gemeint? Ja, Kontrolle über den Gegner, Kontrolle über das Schlachtfeld, ja, wie der Kampf verläuft und so weiter. Ja, aber das ist nicht das, was eigentlich mit der Kontrolle gemeint ist. Das ist externe Kontrolle. Und man hat im Äußeren eben nicht alles unter Kontrolle, ja, da spielen halt so viele Faktoren mit. Unter anderem die Umwelt, die Natur, ganz, ganz viele andere Leute, ja, die alle ihre eigenen Ziele haben, die nicht unbedingt so mitspielen wollen, wie du das gerne hättest. Also, wir reden eigentlich beim Krieger über die innere Kontrolle zuerst, ja, das ist die wichtigere. Weil alles, was du kontrollieren kannst, also definitiv kontrollieren kannst, ist das, was in dir vorgeht, ja. Du kannst ein paar äußere Umstände kontrollieren, zum Beispiel kann ich kontrollieren, wie früh ich aufstehe. Hängt natürlich auch mit damit zusammen, hatten wir ja gestern, wie früh ich ins Bett gehe. Okay, aber auch das kann ich normalerweise kontrollieren, allerdings auch nur begrenzt, ja. Gestern wollte ich ja eigentlich auch noch ein paar andere Sachen fertig machen und das hat nicht geklappt. Aber ich konnte kontrollieren, wann ich heute Morgen aufstehe. Aber das sind immer noch externe Sachen. Also, eigentlich geht es um die interne Kontrolle, ja, also auch wieder von den Stoikern her, was kannst du kontrollieren und was nicht. Das sind die zwei großen Aspekte, in die du dein Leben unterteilst. Und die Sachen, die du kontrollieren kannst, die eine Sache, die dir theoretisch, ja, niemand wegnehmen kann, und ich bin da manchmal noch so ein bisschen am drüber nachdenken, ja, gebe ich zu. Ist deine Reaktion auf Ereignisse, ja, das heißt, egal was passiert, die Art und Weise, wie du auf dieses Ereignis reagierst, die ist unter deiner vollen Kontrolle. Das kann dir niemand wegnehmen. Wie gesagt, theoretisch. Denn bei manchen Ereignissen, die, mal angenommen, dein Kind stirbt, ja, dein Kind stirbt, die Art und Weise, also jetzt kannst du natürlich theoretisch sagen, ja, du hast ja die Wahl, ja, wie du da drauf reagierst. Aber jetzt mal ehrlich, da kann doch einer kommen und klugscheißen, wie er will und dir das erzählen. Hast du wirklich die Wahl in dem Moment? Also, es gibt mit Sicherheit Leute, die sind so weit entwickelt, ja, dass sie auch da, also bei, sage ich mal, der maximalen Katastrophe, die dir passieren kann, ihre Reaktion, ihre innere Reaktion auf das Ereignis, ihre Bewertung davon eben auch, im Griff haben. Aber, das ist meiner Meinung nach was, was durch viel, viel Arbeit an dir selber erst entsteht. Das ist nichts, dass du, nachdem du jetzt zum Beispiel dieses tolle Video angeschaut hast, sagst, ach so, das ist ja ganz einfach, also egal, was jetzt katastrophal ist in meinem Leben passiert, ich reagiere einfach positiv drauf. Ja, so ein Schwachsinn. Ja, das ist aber genau das, warum ich sage, manche Psychologen gehören einfach an die Wand gestellt, ja, und ich bin selber einer. Aber das ist das, wo es bei manchen aufhört. Ja, die hören, die lesen so einen schlauen Spruch und sagen, ah, ja, die Stoiker, die wussten, wovon sie reden, da hat, was weiß ich, wer gesagt, ah, du hast ja alles unter Kontrolle, ja. Ja, anderer Psychologe, der das auch so sagt, ist der Viktor Frankl und über dieses Buch bin ich ja schon öfter gestolpert, weil er in seinem Buch da auch so lapidar im Prinzip sagt, ja, Ja, ähm, die, die größte Gabe, die der Mensch hat, ist, dass er die volle Kontrolle hat zwischen, ähm, zwischen Reiz und Reaktion. Ja, ja, der Moment of our greatest power is between, ähm, Stimulus and Reaktion, ja, also zwischen dem Reiz, irgendwas Furchtbares passiert dir und deiner Reaktion darauf. Da hast du die ganze Macht. Wenn es so einfach wäre, ja, also bitte, wer will denn bitte emotional leiden, ja, es ist egal, das mit dem Kind ist jetzt natürlich das Maximalbeispiel, nehmen wir an, deine Freundin macht Schluss mit dir, ja, wenn du noch jung bist und das nicht so gut verarbeiten kannst, ja, sind wir alle durch, denke ich, da kann, das kann jeder nachvollziehen, ja, da bist du halt fix und fertig. Willst du fix und fertig sein? Nein, du würdest auch gern sagen, super, das Leben geht weiter, abgehakt, tada, und lauter, das sind ja lauter positive Sachen dadurch entstanden, ja, wo ein Fenster zugeht, gehen drei Türen auf, was weiß ich, andere Eltern haben, andere Mütter haben auch schöne Kinder, äh, schöne Töchter, ja, so ein blöder Spruch, den du dann anhören musst von deiner, von deiner Mutter oder deinem Vater, der dir in dem Moment, ja, so richtig weiterhilft, ja, genauso wie dieser Stoiker-Spruch. Ja, also, du kontrollierst deine, deine, alles, was in dir vorgeht, kannst du kontrollieren, ja, aber es ist nicht so einfach, ja, simple, not easy, ja, es ist simpel, weil es, es stimmt irgendwie auch, ne, du musst aber in der Lage sein, in so einer Situation, wo bei dir alles nur innerlich macht, ja, wo du nur am Heulen bist, da dann, so lange aus dieser, aus diesem, aus diesem Zustand rauszukommen, um diese Situation neu zu bewerten, erst mal, ja, weil du bist irgendwo in dem Moment in einem Schockzustand, und den möchte ich sehen, der so weit ist, dass er so eine Nachricht kriegt, und dann direkt sagt, oh, muss ich, muss ich positiv bewerten, ja, also ich kenne niemanden, der das kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht kenne ich nur komische Leute wieder, ja, aber ich möchte bei keinem, den ich kenne, sagen, dass der nicht zuerst in einen Schockzustand fällt, wenn er so eine Nachricht kriegt. Also, theoretisch gesehen, alles super, ist mit Sicherheit was, wo es sich auch lohnt, darauf hinzuarbeiten, aber glaubt nicht, dass das so einfach ist mit, ich lese so ein Buch, oder ich schaue mir ein paar Videos an, und dann setze ich das um, und danach ist mein Leben, ja, einfacher, weil ich, weil ich auf einmal alles, was mir passiert, positiv bewerten kann, und ich praktisch dann nur noch positive Erlebnisse habe, ja, so einfach ist das nicht, aber man muss ja nicht immer gleich mit dem Super-GAU anfangen, ja, man kann ja durchaus anfangen, erst mal kleinere Dinge, die einem passieren, positiv zu bewerten, bei denen man nicht direkt in einen Schockzustand verfällt, ja, und da geht's dann, und das werdet ihr merken, macht euer Leben auch einfacher, denn, ob ihr euch über jemanden aufregt, oder nicht, hängt immer davon ab, wie ihr denn die Situation bewertet, und diese Bewertung der Tatsachen, die passiert sind, die habt ihr dann nämlich in dem Moment tatsächlich unter Kontrolle, weil ihr da noch freie Kapazitäten habt, um euch bewusst anders zu entscheiden, ja, ihr dürft da nicht euer Unterbewusstsein, eurem Unterbewusstsein die Kontrolle geben, da sind wir wieder bei der Kontrolle, wer hat die Kontrolle? Euer, eure automatische Reaktion, euer Unterbewusstsein, euer Ego, ja, dass vielleicht das sein Selbstbild angegriffen fühlt, weil jemand im Internet irgendwas über ihn gesagt hat, oder ist es tatsächlich euer höheres Selbst? Wahrscheinlich nicht, sondern wenn ihr mal euer höheres Selbst einschaltet, also es ist sehr schwierig, allerdings da so einfach den Zugang zu kriegen, also einfach mal rational darüber nachdenkt, wie gravierend ist denn jetzt das, was passiert ist? Ich brauche gar nicht sagen, lohnt es sich darüber aufzuregen, es lohnt sich nie, sich über was aufzuregen, weil das reine Energieverschwendung an jemanden ist, wenn es eine Person ist, die es nicht wert ist, sich damit zu beschäftigen. Oder diese Energie und den Fokus auf jemanden zu legen, den man erstens wahrscheinlich gar nicht kennt, ja, wenn man ihn kennt, dann nicht gut kennt, das heißt, also in dem Beispiel jetzt, wieso sollte denn diese Meinung relevant für einen sein? Ja, was für ein Maßstab ist der, dass ich mich an seiner Meinung messen soll? Der kann doch Meinung haben, wie er will. Ich weiß auch gar nicht, wie er zu der Meinung kommt, ja. Vielleicht hat seine Freundin gerade Schluss gemacht mit ihm und er muss jetzt irgendwo seinen Frust rauslassen und hat halt dann mal wahrscheinlich nicht nur dir, sondern irgendwie 20 anderen Leuten irgendwas Böses geschrieben, ja. Also man darf nicht immer denken, dass man der Mittelpunkt der Welt aller anderen Menschen ist und dass alle Reaktionen oder alle Taten, die andere Leute machen, irgendwas mit einem selbst zu tun haben, primär, ja. Dass man selbst die Ursache für alles ist, ja. So viel Macht haben die wenigsten. Also, wir halten fest, wenn es beim Krieger um Kontrolle geht, geht es um die Selbstkontrolle, ja. Um die Kontrolle der Reaktion auf äußere Umstände. Und wir halten weiterhin fest, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, ja. Da gibt es ganz, ganz viele Stufen und die höchste Stufe, glaube ich, ja, bei solchen katastrophalen Events werden wohl die allerwenigsten so schön meistern, ja. Aber das heißt nicht, dass man nicht mal damit anfangen sollte, sich auf diesen Weg zu begeben. Wir wissen ja, der Weg ist das Ziel, ja. Und jeder Schritt bringt dich weiter zum Ziel und vorwärts auf deinem Weg. Also, auch wenn jetzt ich die Stoiker hier gerade so ein bisschen kritisiert habe, ja. Es geht ja auch da bei dieser Aussage nur um ein Prinzip. Das muss man immer verstehen. Es ist kein Ratschlag, also kein praktischer Ratschlag, den du jetzt sofort umsetzen kannst und dann ist alles gut. Sondern es geht um ein Prinzip, das erstrebenswert ist, das aber unter Umständen auf bestimmten Leveln überhaupt nicht erreichbar ist, ja. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man, oder man darf jetzt an sich selbst nicht den Anspruch haben, okay, entweder ich bin perfekt ab sofort oder ich bin ein Versager, ja. Also, wenn, entweder ich kann das jetzt sofort umsetzen, also auch, wenn jemand aus meiner Familie sterben sollte oder wenn mein Hund stirbt, ja. Gehen wir mal ein bisschen runter vom Kind. Viele Leute haben auch schon einen Hund oder ein anderes Haustier verloren, ja. Das hakst du auch nicht so einfach ab und sagst, naja, jetzt hat er es besser, ja. Also, das sagst du dir vielleicht kurz, damit du nicht heulst vor deinem Sohn, aber das ist damit für dich höchstwahrscheinlich nicht abgehakt, die Sache, ja. Und das ist auch okay. Aber man kann trotzdem versuchen, die Sache vielleicht nicht komplett negativ zu bewerten, ja. Also sich komplett in den, na, in den emotionalen Abgrundstrudel, Todesspirale zu stürzen. Sondern es halt vielleicht in die andere Richtung zu versuchen. Gut. Ich hoffe, diese wirren Geschichten gerade helfen dem einen oder anderen. Ihr müsst es mir ein bisschen nachsehen, es ist morgens. Und, ähm, ja. Da bin ich nicht ganz so konzeptorientiert. Aber gut. Was habt ihr jetzt davon, ja. Weil ihr ja jeden Maik am Morgen, jeden Morgen Maik am Morgen wollt. Also müsst ihr ab und zu mal auch mit was ohne Konzept leben wieder. Dafür habt ihr den schicken Hintergrund hier jetzt gerade. Weil ich keine Zeit hatte, meine Lichter umzuschalten. So. Damit lasse ich es mal, sonst kann ich es nicht mehr hochladen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Wir sehen uns morgen in alter Frische, hoffe ich. Und, äh, passt auf euch auf. Macht's gut. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen.